Einen wunderschönen guten Tag, liebe Kompakt-Zuschauer. Ja, weil Ihnen die letzte Reaktion ja so sehr gefallen hat von mir. Heute eine weitere Reaktion auf ein Weltinterview mit Tino Chrupalla. Nicht ganz so lost wie das letzte Video, aber auch hier selbst bei der ja vermeintlich konservativen Welt muss man doch ganz klar einen Drall und eine Agenda gegen die AfD und den Politiker feststellen und werden Framing-Fragen gestellt. Das möchte ich mit Ihnen hier zusammen auf meine gewohnt flapsige Art analysieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass es auch Magazine wie Kompakt und auch die anderen freien Medien gibt. Deswegen bitte unterstützen Sie diese Medien, denn ohne diese Medien wäre die Demokratie wirklich in Gefahr und nicht, wenn die AfD irgendwie in Regierungsverantwortung kommt. Also schauen wir uns das Ganze an. Ich wünsche viel Spaß. Und aus Weißwasser zugeschaltet ist jetzt Tino Chrupalla, AfD-Partei- und Fraktionsvorsitzender. Ein gutes neues Jahr Ihnen. Und das Jahr beginnt ja für Ihre Partei tatsächlich sehr gut. Aus Ihrer Sicht sind das sehr erfreuliche Zahlen. Also auch hier gleich ein bisschen Framing, natürlich latent, also viel, viel freundlicher als jetzt bei den anderen Medien. Aus Ihrer Sicht sind das sehr, sehr gute Zahlen. Vergleicht das bitte mal mit irgendwelchen anderen Berichten jetzt, wenn die Öffentlich-Rechtlichen über Wahlerfolge der SPD oder CDU berichtet haben. Da kommt dann sowas wie ja und dann dazu gratulieren wir ihn erstmal oder wow und super und das sind ja durchschlagen. Also wenn irgendeine andere Partei den Erfolg hätte, den die AfD jetzt gerade hat, der ja wirklich gigantisch ist, da unten können Sie es lesen, die AfD in Sachsen auf 37 Prozent, da würden sich die Reporter anders verhalten. Das können Sie Gift drauf nehmen. Andererseits wird es Ihnen doch nicht viel nützen, weil Sie keinen Koalitionspartner zum Regieren finden werden. Wie wollen Sie dieses Dilemma auflösen? Ja, das ist schon mal ganz interessant, dass das die erste Einstiegsfrage ist. Ja, also es muss, es wird immer zwanghaft alles, was irgendwie praktisch ein Erfolg ist der AfD oder was gut ist, anstatt zu sagen, super, toll und bla bla bla, was man ja auch nicht unbedingt machen muss als Journalist oder einfach neutral zu fragen, wird natürlich gleich wieder praktisch ein Stein ins Getriebe geworfen und gesagt, ja, wir werden ja sowieso nicht regieren. Die anderen Parteien wollen ja nicht mit koalieren mit Ihnen. Also schauen wir mal, was Herr Chrupalla darauf antwortet. Ja, ein gutes neues Jahr zurück wünsche ich Ihnen auch. Also das allererste ist natürlich Motivationszahlen für uns. Umfragen sind immer, vor allem wenn sie gut sind, Motivation. Und dann wollen wir erst mal sehen, wie das amtliche Endergebnis dann auch wirklich aussieht. Da ist noch viel Zeit. Wir wollen uns weiter steigern. 37 Prozent, Sie haben es eingangs gesagt, sind für uns anspornend. Wir wollen eine parlamentarische Mehrheit erreichen. Und wenn kein Koalitionspartner nötig ist, und dazu fehlt ja nicht mehr viel, das gehört ja zur Wahrheit dazu, dann bräuchten wir den nicht. Auf der anderen Seite wollen wir und laden wir alle anderen Parteien zur Mitarbeit ein. Die Parteien und die Personen, die es gut mit Deutschland meinen, denn wir bauen keine Brandmauern auf. Ja, das ist ja, wie ein amerikanischer YouTuber gesagt hat, literally Hitler. Also das klingt ja wirklich ganz, ganz gefährlich. Es ist echt der Wahnsinn. Vergleichen Sie doch bitte mal diese Aussage von Herrn Krupalla mit den Aussagen unserer Altparteien. Und jetzt einfach objektiv gesehen. Okay, ich sag hier, das ist ja hier bei Ihnen, rede ich ja zum eigenen Chor. Aber ich lade auch mal die Kritiker ein hier von Kompakt. Und jetzt mal zu sagen, wenn man jetzt einfach nur die Worte nimmt. Was klingt denn demokratischer? Das, was wir jetzt gerade von den Altparteien hören, mit Brandmauern, mit Ausschluss, mit Verweigerung von Ministerposten, oder das, was Herr Krupalla hier gerade sagt. Also was ist irre? Es ist irre. Also er reicht sogar nach all diesen schädlichen, unschädlichen und unflätigen Behandlungen der anderen Parteien, den Parteien hier nochmal die Hand. Das ist für mich ein wahrer Demokrat. Und auf der anderen Seite, glauben Sie denn, dass die CDU dann dabei bleiben wird? Glauben Sie, die Brandmauer bleibt bestehen? Oder könnte es zu einem Wortbruch von Friedrich Merz kommen? Auch hier wieder negativ geframed, ein Wortbruch. Ich meine, das, was in der Politik halt gang und gäbe ist, dass halt irgendwas erzählt wird und am Ende dann bei Koalitionsverhandlungen was ganz anderes gemacht wird, wird das hier gleich als Wortbruch ge... Man könnte ja auch sagen, dass er seine Meinung ändert. Ich glaube nicht, dass es am Ende nur alleine Friedrich Merz zu entscheiden hat. Am Ende haben das auch die CDU-Mitglieder und auch die CDU in Sachsen zu entscheiden. Und vor allem, darüber müssen wir reden, über das Souverän, derjenige, der diese Wahlentscheidung bringt. Denn der Wähler erwartet von den Parteien, dass die stärksten Parteien zusammenarbeiten, dass die stärksten Parteien sich zusammenraufen und im Interesse Sachsens, aber auch Deutschlands Politik machen. Also von daher diese Brandmauer-Debatte, die ja auf kommunaler und regionaler Ebene sowieso nicht funktioniert oder nicht funktioniert hat, die wird nicht mehr ziehen. Die AfD ist mittlerweile in Gesamtdeutschland, auch in Sachsen sowieso, regional so verwurzelt, dass es Zeit wird, dass wir Verantwortung übernehmen. Denn das Land braucht uns, und das zeigt es ja immer mehr, ich meine, wenn Sie sehen, in Sachsen eine Kanzlerpartei, die bei drei Prozent liegt, also mehr Abstrafen gibt es ja nicht. Diese Parteien braucht auch tatsächlich niemand. Eine FDP bei einem Prozent. Es gibt kaum noch Handwerker in Sachsen, die überhaupt die FDP wählen würden. Die sind alle bei uns, weil wir für diese Klientel Politik machen. Genauso wie für die Bauern, genauso wie für die Polizisten. Das ist unser Ansporn. Ja, so besser hätte man es nicht sagen können, und das sage ich ja auch immer wieder in meinen Videos. Es ist hochgradig undemokratisch, arrogant, vermessen. Ja, und so ein bisschen, das ist eigentlich für mich totalitär, dass man im Prinzip alle schmutzigen Tricks versucht, um die AfD aus der Regierung herauszuhalten. Wenn diese Politiker, und das ist der wichtigste Punkt für Sie, und den bitte ich nie zu vergessen, diese Leute haben keinen Respekt vor ihren Wählern. Diese ganze repräsentative Demokratie, bla bla bla, was sie da erzählen und so, und der Volk ist das Souverän. Alles Schwachsinn, alles Lippenbekenntnis. Denn wenn sie das wirklich glauben würden, dann dürften sie nicht die AfD so blockieren, wie sie es tun, sondern müssten natürlich mit ihr zusammenarbeiten, denn das ist der Volkswille. Das ist der Wille des Souveränen, und den gilt es in einer Demokratie zu akzeptieren. Deswegen arbeiten ja auch teilweise Parteien zusammen wie die CDU und die Grünen, auch wenn die sich jetzt nicht gerade so nahe stehen, also mittlerweile ja immer mehr, aber in der Vergangenheit, weil es gilt, den Willen des Volkes zu respektieren. Und das tun sie nicht. Die spucken ihnen ins Gesicht. Und deswegen ist das genau die Quittung, die sie verdient haben mit den drei Prozent. Und ich hoffe, es wird noch viel schlimmer, dass sie entweder aufwachen oder einfach unrelevant werden. Jetzt ist ja eine Partei noch gar nicht dabei in dieser Umfrage, nämlich das Bündnis Sarah Wagenknecht, die noch eine Partei werden wollen, die auch bei den Landtagswahlen dann antreten möchten. Ist das für sie eher eine Konkurrenz oder wäre das ein möglicher Koalitionspartner? Wissen Sie, Konkurrenz ist eine Partei, die erst mal da ist. Sie haben es gesagt, sie ist ja noch nicht mal gegründet. Von daher gilt das, das abzuwarten. Ich habe immer gesagt, ich habe da keine Angstperren auf der Stirn. Im Endeffekt hat auch diese Partei, beziehungsweise dieses Bündnis ja angekündigt, mit den Grünen und auch mit der Linke koalieren zu wollen, also so weiterzumachen. Und da frage ich Sie ganz ehrlich, für was braucht es dann dieses Bündnis, diese Partei? Sie ist wirklich überflüssig, das muss man wirklich sagen. Wenn man freiheitliche Politik möchte, wenn man vor allen Dingen Politik im Interesse Deutschlands, im Interesse Sachsens haben möchte, dann braucht es die AfD. Und die AfD wird darin auch gemessen. Und ich freue mich, dass wir dieses Jahr 2024 viele erfolgreiche Wahlen haben werden und die Politik endlich im Interesse der Bürger auch verändern werden. Das ist unser Ziel. Aber Sie könnten sich vorstellen, ein Bündnis mit Sarah Wagenknecht einzugehen, wenn es inhaltlich stimmt? Nochmal, ich habe gesagt, wir brauchen parlamentarische Mehrheiten. Im Endeffekt lade ich alle Parteien dazu ein, die es gut mit Deutschland machen, die unsere Programmatik. Und wir haben eine klare Programmatik. Auch unsere Bundestagsfraktion hat ein 10-Punkte-Sofort-Programm entwickelt, entwickelt, was sehr gut ist. Und wer sich daran anleben möchte, wer daran mitarbeiten möchte, wer im Sinne der Deutschen dort Politik machen will, ist eingeladen. Wahnsinn, muss man sich mal vorstellen. Also, dass er selbst die Linke nicht als Koalitionspartner ausschließt. Und ich persönlich sehe es genauso. Also, ich sehe mittlerweile die gemeinsame Schnittmenge zwischen Sarah Wagenknecht und der AfD größer als zu den Altparteien. Ja, also, das zum Thema, was weiß ich, Russland, Ukraine, zum Thema Impfen, all diese Sachen. Da gibt es sehr, sehr viele Überschneidungspunkte, die sehr wichtig sind und bei denen diese Parteien zum Beispiel zusammenarbeiten können. Also, wäre wahrscheinlich besser für Deutschland als jetzt eine Koalition mit, keine Ahnung, mit der SPD oder irgendwas oder mit der CDU, weil die können sich noch einiges erlauben jetzt. Sie sind auch eine neue Partei, können da maßgeblich, aber die schließen das ja von vornherein aus. Deswegen versuchen Sie auch bitte, sich da nicht hinters Licht zu führen lassen und glauben Sie, dass sich da irgendwie was großartig ändert mit der Wagenknecht-Partei. Mit uns wird es keine Brandmauern geben. Mauern bauen nur die Altparteien, bauen nur die anderen Parteien auf. Wir sind die einzige Partei, die die Mauern einreißen werden. Die sächsische AfD gilt ja jetzt seit Ende des vergangenen Jahres als gesichert rechtsextrem. Das scheint aber die Wählerinnen und Wähler nicht zu stören. Also, mich stört es auch nicht. Das ist wirklich, also, was diese Klapskalis da oben irgendwie erzählen, das interessiert mich wirklich schon lange nicht mehr. Die haben seit der Corona-Pandemie, also ich war ja immer schon ein bisschen politisch kritisch, haben die wirklich jegliches Vertrauen bei mir verspielt. Jegliches Vertrauen. Ich glaube denen gar nichts mehr. Die haben hier die Gesundheit der Bevölkerung gefährdet. Die haben Leute eingesperrt. Die haben Leute sterben lassen alleine in den Seniorenheimen. Die haben vollkommen gesunde Menschen wie Untermenschen behandelt. Also, für 10% davon, wenn man irgendwelche Ausländer so behandeln würde, wie die Ungeimpften hier behandelt werden würden, würde man wahrscheinlich schon als rechtsextrem hoch 10 gelten. Aber so wurden alle Leute behandelt, die kerngesund waren, die einfach keinen Bock hatten auf die Spritze. Und deswegen, also, was die sagen über mich, das ist, es gibt dieses Zitat von dem, von Vishnu oder sowas, von irgendeinem indischen Guru, der sagt, es ist kein Zeichen von geistiger Gesundheit, an eine möglichst kranke Gesellschaft angepasst zu sein. Also, deswegen, mich interessiert das gar nicht mehr, was die sagen. Wie geht es Ihnen damit? Hat das für Sie irgendwie was bewirkt, ob der Verfassungsschutz jetzt sagt, das sind gesichert rechtsextreme oder nicht? Haben Sie da irgendwie drüber nachgedacht und dann nochmal nachgeguckt und gedacht, oh, vielleicht wähle ich sie doch nicht? Würde mich auch mal interessieren. Also, egal ist es uns als allererstes nicht. Wir nehmen das sehr ernst. Wir werden uns auch juristisch weiter wehren. Wenngleich wir sehen, wir werden diese Debatte, und das ist leider so in diesem Land, nur politisch lösen können, indem wir Regierungsverantwortung übernehmen und wir auch klar dort Veränderungen im Verfassungsschutz durchführen müssen. Das ist im Übrigen bei den Grünen so gewesen, das ist bei den Linken so gewesen. Es wird wahltaktisch missbraucht. Es wird wahltaktisch eingesetzt, um uns klein zu halten. Aber immer mehr Bürger merken das, sehen das. Und vor allem, sie sehen ja auch, was soll an einer AfD, an einen Tino Chrupalla, an einen Alice Weidel extremistisch sein? Wir haben klare Positionen und Programme, die wir vertreten. Und dafür machen wir Politik. Deswegen lassen wir uns da vom Verfassungsschutz nicht beirren und in die Enge treiben. Wir gehen weiter mit unserer Programmatik voran. Günstige Energie, die gibt es nur mit der AfD, indem wir wieder Kernkraftwerke ans Netz bringen, indem wir wieder Nordstrimme reparieren. Das sind ehre Ziele. Da bin ich ja mal wirklich gespannt. Das wäre ja der Knaller, wenn jetzt hier wirklich die Kernkraftwerke wieder angehen. Aber das ist ja auch so, dass in den ganzen europäischen Ländern neue Kernkraftwerke gebaut werden. Kernkraft eine der saubersten Energien, die es überhaupt gibt. Und wir zahlen hier den höchsten Strompreis in Deutschland wegen ihrer komischen Energiepolitik. Und sollen sie ja noch mehr zahlen im neuen Jahr, weil die CO2-Märchensteuer jetzt da noch mal erhöht wird. Dürfen sie da noch mehr an der Tankstelle bezahlen. Ja, also wir können nur alle hoffen, dass die AfD hier bei der Wahl gewinnt, damit der Bürger nicht noch mehr ausgebeutet wird für irgendwelche ideologischen Pläne der Regierung, die sie ja machen können. Aber nicht immer auf Kosten des Bürgers. Dann soll die Regierung den Scheiß selbst finanzieren. Ja, sie haben aber keine Kohle und dann drücken sie es wieder bei den Deutschen ab. Nee, Freunde, so läuft es nicht. Nehmt euch das Geld woanders, spart das bei Fahrradwegen in Peru ein und dann könnt ihr eure tolle Energiepolitik irgendwie gerne damit finanzieren. Aber nicht hier immer den deutschen Bürger, der es sowieso schon schwer genug hat. Lesen Sie hier mal einen kompakten Kommentarspalt ein bisschen. Dann noch mehr zahlen da für ganz normale Güter wie Strom und wie Benzin, was auch keiner sparen kann. Und der Punkt ist ja, geht ja noch weiter, das bedanken ja auch nicht viele, wenn der Preis für Benzin steigt, steigt natürlich damit auch immer der Preis der Lebensmittel. Denn die Lebensmittel, die kommen nicht in den Supermarkt geflogen. Die müssen, oder mit dem Lastenfahrrad werden die auch nicht gebracht. Die werden mit LKWs gefahren. Und dieser Preis muss natürlich umgesetzt, muss natürlich umgelegt werden. Und dann kommt es dann wieder an bei Ihnen. Und Sie dürfen dann die Zeche zahlen. Die anderen Parteien müssen erklären, wie sie eine starke Opposition, die stärkste Partei in Umfragen in Ostdeutschland mit dem Verfassungsschutz, in Verbotsverfahren, in Stasi-Manier klein halten wollen. Das hatten wir alles schon mal. Das erinnert an düstere, dunkle Zeiten. Und wir werden genau diese Debatten beenden, indem wir politische Verantwortung übernehmen. Sehr gut. Finde ich gut, dass er da hier Kampfgas zeigt und die Sache benennt. Das ist eine absolute Schmutzkampagne. Sehe ich genauso. Das ist genau wie bei Kompakt. Also ich arbeite ja jetzt schon seit ein paar Monaten für Kompakt. Es ist im schlimmsten Fall ein konservatives Magazin. Aber so konservativ können Sie auch nicht sein, wenn Sie so einen Vogel wie mich hier regelmäßig auf dem Kanal featuren, der ein alter Rocker ist, ein schwerer Nöter auch sicherlich, ein Casanova. Oder auch mit der ganzen Rammstein-Te-Lindemann-Debatte haben sich ja auch hinter einer wirklich moralisch fragwürdigen Band gestellt. Einfach weil diese Band in dieser Fall einfach Unrecht passiert ist. Also selbst da kann man jetzt nicht sagen, dass es nur einseitig konservativ ist. Also deswegen braucht man sich diese Zuschreibung einfach gar nicht mehr gefallen lassen. Und das zeigt ja auch, wie die Regierung und diese Medien sich selbst delegitimieren. Denn wenn keiner mehr das ernst nimmt, was irgendwie ein Richter sagt, ein Verfassungsschutz oder die Regierung, dann könnte man ja mal überlegen, warum man das Vertrauen der Bevölkerung verspielt hat. Weil eigentlich tendenziell liegt es in der Natur der meisten Menschen, dass sie eigentlich gerne folgen und gerne halt eine Regierung haben, auf die sie sich verlassen können. Da muss schon sehr, sehr viel passieren, dass das Vertrauen einer Bevölkerung komplett schwindet in der Regierung. Da muss man schon viel Scheiße gemacht haben. Sie haben ja auch schon angekündigt, dass die AfD einen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin stellen will. Und wenn man sich jetzt die Neujahrsansprachen auf X anschaut, da machen Sie das ja gegenüber Ihrer Kollegin sehr staatstragend. Also ist die Wahl schon entschieden? Werden Sie der Kanzlerkandidat der AfD? Möchten Sie das werden? Wissen Sie, wir reden dieses Jahr noch nicht über Kanzlerkandidat. Das mache ich auch nicht. Ich denke, dass meine Neujahrsansprache und auch die von Alice Weidel aus den Herzen vieler Bürger gesprochen hat, aus vieler Unternehmer, aus vieler Mittelständler. Wenn man sich die Neujahrsansprache von unserem Bundeskanzler angeschaut hat und diesen Vergleich muss man ja einfach mal stellen. Sieben Minuten ohne Motivation, ohne Neues an der Realität vorbei. Er spricht dort offen von mitreden und mitentscheiden. Ja, meint er dann die AfD mit? Meint er die Wähler der AfD mit? Oder grenzt er die 10, 15 Millionen Wähler aus? Mit wem will er denn mitentscheiden, mitreden, wenn er in Sachsen bei drei Prozent ist? Also alleine diese Motivationslosigkeit, diesen Realitätsverlust eines Bundeskanzlers ist wirklich einzigartig und eigentlich beispiellos in Deutschland. Und von daher lassen wir das die Bürger selbst entscheiden. Dieses Jahr liegen die Europawahl und die Landtagswahlen vor uns. Über die Bundestagswahl reden wir 25, aber vielleicht natürlich auch eher, dass wir zu wünschen, wenn wir weiter in Umfragen steigen, dass wir dann auch die Macht und die Kraft haben, in Deutschland weit politische Verantwortung zu übernehmen. Ja, wer ist denn Ihr Favorit? Die Alice oder der Tide? Das würde mich mal gerne interessieren. Meine persönliche Meinung ist die Alice, Alice im Wunderland. Ja, weil ich finde die Frau rhetorisch brillant, also noch besser als den Tino, auch obwohl er sich jetzt die letzten Jahre wirklich sehr, sehr gemacht hat. Ich finde sie insgesamt also wirklich eine sehr, sehr gute Politikerin. Und dann hätten wir auch wieder eine starke Frau hier. Das freut dann ja unsere Feministen, die Grünen und Pipapo. Können ja dann sagen, hier das Patriarchat wurde besiegt. Wir haben wieder eine deutsche, eine weibliche Bundeskanzlerin. Aber auch Sie meinen ja in Ihrer Rede eine Vision aus. Ich zitiere, es kommen keine unerwünschten Zuwanderer, weil jeder in seiner Region gut und glücklich leben kann. Man muss den Regionen nur Respekt entgegenbringen, statt ihnen mit Bomben und Sanktionen zu drohen. Aber ich frage mich jetzt ein bisschen, was sollen denn die Menschen aus der Ukraine dazu sagen, die vor den Bomben geflüchtet sind oder die Menschen aus Afghanistan oder dem Iran? Ja, da ist wieder super. Tolle Beispiele. Ich meine, Ukraine ist das einzige Beispiel, wo jetzt wirklich Krieg herrscht, aber auch nur in ganz bestimmten Regionen. Da können Sie sich das mal angucken. Und ich garantiere Ihnen, dass ich weiß das sogar aus der persönlichen Umwelt, 60, 70 Prozent der Ukrainer, die da flüchten, gar nicht, nicht mal entfernt im Kriegsgebiet irgendwie sind, sondern einfach hier herkommen und das Bürgergeld abgreifen, was sie ja auch sehr, sehr schnell und schlank kriegen. Also, und in so weit, Syrien ist überhaupt gar kein Krieg mehr. Afghanistan, soweit ich weiß, auch gar nicht mehr. Das ist immer die Frage, vor was fliehen die denn da? Von welchen Bomben? Ja, die Gegenfrage, die ich stellen muss, wollen wir denn in diesen Regionen weiter Waffen und Munition ließen, damit noch mehr Flüchtlinge kommen? Der Krieg in der Ukraine, das wissen Sie, hätte verhindert werden können, wenn Zelensky das gewollt hätte. Gleich nach Ausbruch des Krieges. Er ist nicht gewollt gewesen. Die Amerikaner haben diesen Krieg genutzt, um ihre Entfernung zu setzen. Ja, das ist jetzt ganz, ganz schwierig. Da dürfen wir, da müssen wir natürlich dazwischen grätschen. Das darf keiner wissen. Vielleicht wissen Sie es, was er gerade sagt. Das stimmt. Das können Sie alles nachprüfen. Es gab schon relativ frühzeitig in London, gab es Verhandlungen und ein Friedensangebot, was sozusagen die Ukraine, glaube ich, auch angenommen wurde, aber was dann torpediert wurde von den Engländern und den Amerikanern oder sowas und dann gesagt wurde, nee, 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 Freunde, nicht. Und deswegen sind dann die Menschen, alle Menschen, die danach gestorben sind, gehen eher auf das Konto der westlichen Welt als auf Putin oder Zelensky. Mehr noch auf Zelensky, weil er sich da kaufen lassen hat, meiner Meinung nach. Europa hat ihre... Warum muss sie da unterbrechen? Das darf keiner wissen. Deswegen muss sie unterbrechen. Es ist ja ganz klar, dass er das behauptet. Er ist im Interview. Mein Gott, was soll das? Ich meine, sie kann ja gerne was dazu noch sagen, aber ihr Job als Journalistin ist nicht irgendwie ihn zu erziehen oder sonst was. Sie kann natürlich auch sagen, ja, okay, nehmen wir zur Kenntnis, da gibt es auch eine andere Version der Geschichte, die können sie gerne nachverfolgen. Wir haben hier auch Person X interviewt, aber warum muss sie da unterbrechen? Das ist seine Einschätzung der politischen Lage und dem, was da passiert ist und da hat er ein Recht, das auch zu äußern in einem Interview. Nee, das kann ich ja behaupten. Das ist ja meine Aufgabe als Opposition und Sie sehen, dass viele Bürger dieser, nicht nur Behauptung, sondern dieser Tatsache, Boris Johnson hat extra diese Gespräche beendet, die in Ankara angelaufen sind. Das sind Fakten und die dürfen Sie einfach auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Das ist sicherlich meine Absicht, aber es gab da auch einige Vorfälle, nach denen dann vielleicht etwas nicht mehr möglich war. Ich darf Sie da an Butcher erinnern. Ja, also das hat ja damit überhaupt gar nichts zu tun und die Butcher-Geschichte, die ist auch wirklich sehr, sehr fragwürdig. Gibt es auch eine gute Analyse vom Kanal Vicky Hausen, die können Sie sich gerne mal anschauen. Für mich war die sehr, sehr nachvollziehbar und sehr, sehr gut belegt, wie die sich das eigentlich immer machen, der Markus Fiedler und der Dirk Pohlmann. Der Dirk Pohlmann, der ja auch renommierter Journalist im Mainstream war und dort halt wirklich eine hervorragende Recherchearbeit immer geleistet hat, aber jetzt natürlich auch zur Person, der noch gerader geworden ist, nachdem er sich offen jetzt dem Mainstream entgegengesetzt hat. Schauen Sie sich das gerne an und dann kommen Sie zu Ihrem eigenen Urteil. Ich bin jetzt sicherlich nicht russophil und sage jetzt, das ist eine lupenreine Demokratie. Gut, aber wir sind da mittlerweile auch meilenweit von entfernt. Das muss man immer alles differenziert betrachten, sage ich. Und das ist halt auch wichtig. Und die ganze Sache ist ein bisschen komplexer als hier dieses Star-Wars-Narrativ, was uns erzählt wird. Ja, der böse Russe hat hier morgens ist Putin aufgewacht und hat gesagt, oh, was mache ich denn heute? Lass uns mal die Ukraine überfallen. Aber ich meine, das Volk ist mittlerweile so verdummt und verblödet durch TikTok und was weiß ich alles, dass die meisten ja jeden Scheiß noch glauben. Ja, also hat man ja auch gesehen in der Pandemie. Wenn man den Leuten gesagt hätte, hier Corona fängt irgendwie auf zwei Meter oder auf einen Meter 80 Höhe an, dann werden die Leute wahrscheinlich alle über die Straße gekrochen. Und auch, dass es durch Verhandlungen möglich wäre, diesen Krieg zu verhindern, darf ich doch in Frage stellen. Diesen Krieg wird man nicht gewinnen, Frau Losch. Frau Losch, hier müssen Sie mich ausreden lassen. Die glauben doch nicht im Ernst, dass man diesen Krieg mit weiteren Waffenlieferungen beenden kann. Der Krieg wird immer mit Diplomatie, mit Gesprächen beendet. Unglaublich, was ist das für eine totalitäre Partei? Die fordern Gespräche und Diplomatie statt Waffenlieferung? Also das ist ja wirklich, es ist schlimm. Verfassungsschutz, bitte eingreifen. Wir wissen doch alle, spätestens durch die Demonstration der FDP, Panzer senden, Frieden bringen oder irgendwas. Was hatten die da auf den Plakaten? Irgendso einen Scheiß. Das ist ja wirklich faschistisch hier, Diplomatie und Gespräche. Also das geht gar nicht hier im besten in Deutschland aller Zeiten. Und das muss auch das oberste Ziel sein. Und nicht, dass wir im Bundestag von Kriegsmüdigkeit reden und uns beklagen. Kriegsmüdigkeit, ist das nicht auch Nazisprech? Lieber Verfassungsschutz, hat da mal einer nachgeguckt und irgendwie gesagt hier, Relativierung des Holocaust. Kriegsmüdigkeit? Kommt mir so ein bisschen Nazisprech-mäßig vor. Meine ich. Schreib es mir gerne in die Kommentare. War das nicht irgendwie eins der Dinger dann in den letzten Zuckungen dann des Faschismus, dass da gesagt wurde, ja, hier nehme ich jetzt nicht kriegsmüde werden. Wir müssen jetzt kämpfen bis zum letzten Mann. Und Herr Kupalla, da wird Ihnen auch keiner widersprechen, aber wenn einfach der Ukraine keine Waffen mehr geliefert werden, wissen Sie genauso gut wie ich, dass dann die Ukraine nicht mehr weiter existieren wird. Was ist das denn für ein Schwachsinn, dass die Ukraine dann nicht mehr weiter existieren wird? Also das ist, das meine ich halt immer. Verbreiten Sie doch nicht so eine Verschwörungstheorien. Wo gibt es das? Eine Zeile. Bitte auch jeder kritischer Zuschauer hier. Wo finde ich die Information einer Aussage von Putin oder sonst was, dass er sagt, die Ukraine darf, die wird dem Erdboden platt gemacht oder ich nehme die ganze Ukraine ins russische Reich oder sonst was. Keine einzige Zeile diesbezüglich gibt es. Und die quatschen eine Scheiße. Gestandene Politiker und Journalisten einen Bullshit, also ich weiß nicht, werden die dafür bezahlt zu lügen oder was. Das ist, das regt mich wirklich mega auf. Man kann das alles kritisieren. Man kann den Einmarsch kritisieren. Alles gut. Aber erzählt doch nicht so eine geisteskranke Scheiße, wie es gibt die Ukraine nicht mehr. Das regt mich wirklich auf. Oder, oh, und, oder was weiß ich, was ich auch schon Leute gehört habe. Ja, und dann, aber er macht ja nicht halt mit der Ukraine und dann steht da in Deutschland vor der Tür. Was für ein Schwachsinn. So dumm kann man gar nicht sein. So dumm kann irgendjemand sein im hintersten Dorf, aber nicht eine gestandene Journalistin oder ein Politiker. Und ich glaube denen das auch nicht, dass die so dumm sind. Ich glaube, dass die das genau wissen, dass das Bullshit ist, aber dass sie dafür bezahlt werden, zu lügen. So dumm kann man nicht sein als Journalist und als Politiker. Das wirklich zu glauben, dass Putin die Ukraine auslöschen würde. Was da los wäre, Leute, auf der Welt. Und so werden weitere Bürger sterben. Ich möchte nur nicht, dass Deutschland in diesen Krieg hineingetrieben wird, dass unsere Kinder und Enkelkinder in diesen Krieg getrieben werden, dass am Ende noch ganz Europa in einen Flächenbrand in diesen Krieg verwickelt wird. Das ist das Ziel der AfD und dagegen, und dafür kämpfe ich, für Frieden. Und das muss immer die oberste Prämisse sein, vorlosch. Und ich glaube, zumindest da können Ihnen viele zustimmen. Dankeschön für das Gespräch, Herr Kruppala. Sehr gerne. Ja, liebe Kompakt-Zuschauer, noch ein versöhnliches Wort zum Ende von der Journalistin. Also ich meine, man muss sagen, Welt ist da noch wirklich am, ich sage, macht ihren Job da noch am besten von den Mainstream-Medien. Wenn man sich da andere Interviews vergleicht, dann ist das natürlich total krass. Wünschen Sie sich mehr solch eine Reaktion von mir hier auf dem Kanal, dann schreiben Sie es gerne in die Kommentare. Auch gerne sonst Ihre Kritik und Ihre Wünsche bin ich immer offen für. Wenn Sie nicht genug von mir kriegen können, auf meinem Hauptkanal Maximilian Pütz finden Sie mehr solch einer Analysen. Mittlerweile glaube ich über 1000 Videos und auch zwei, drei Videos die Woche. Abonnieren Sie gerne diesen Kanal auch und wir sehen uns sonst spätestens nächste Woche hier wieder bei Kompakt. Bleiben Sie gesund, haben Sie ein schönes Leben und 2024 wird für uns alle spannend, der Wind dreht sich. Bis dann, Ihr Maximilian Pütz. was kietschen mehr Ihr bent mehr , ist mir